3, 2, 1 und los. Der skeptische Podcast aus Münster. Hallo und herzlich willkommen bei... Jetzt füllen wir den Namen nicht ein. Sehr gut. Jetzt bitte den ganzen Satz. Das ist jetzt sehr gut. So, soweit ich das feststellen kann. Oh Gott, hilf. Warte, warte, warte. 3, 2, 1 und los. Ja, wir haben uns als Thema der Woche für heute ausgedacht das Thema Coca-Cola. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist am 8. Mai 1886 Coca-Cola das erste Mal gebraut bzw. verkauft worden von... Der Hoax-Master und Hoax-Mistress auf Abwägen. Was wollt ihr, Kater? Ins Mikro beißen. Oh Mann. Der skeptische Podcast aus Münster. Also, ja, 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 okay. Also, ja, 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 okay. Jetzt habe ich mich eben völlig verkaspert. Äh, stopp. Wir könnten, ähm, jetzt diese drei Fragen beantworten mit Barry Oswald, ja und ein schlimmer terroristischer Anschlag und dann wäre das Thema eigentlich durch. Ähm, natürlich ist es nicht ganz so einfach und wir wollen euch natürlich da ein bisschen mehr, ähm, Informationen natürlich drüber geben. Und ich glaube, der hieß nicht Barry Oswald, ne? Nein, ich wollte es gerade sagen. Wie Harvey Oswald, ne? Ja, super. Jetzt habe ich mich eben völlig verkaspert, irgendwie. Der skeptische Podcast aus Münster. Oh Gott, wie? Der Hoaxmaster und die Hoaxness wird es auch abwägen. Ja, neuesten, äh, ach ne, äh, 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 äh Der Skeptische Podcast aus Münster. Der Skeptische Podcast aus Münster. Und wie durchaus mal so, außer der Konkurrenten erzählen kann ich die Geschichte. Stopp! Was? Wieso? Ich hab die gar nicht vorliegen mehr, Hasi. Ich dachte, du erzählst mir. Warte, 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 warte. One Million Dollar Paranormal Challenge. Also die eine Million Dollar paranormale Herausforderung. Hasi? Ja. Alexa? Du warst jetzt weg. Ich war weg? Wieso war ich weg? Mach's gut. Bis zum nächsten Morgen. Tschüss. Hoax Siddler ist eine Rekordjob-Produktion auf dem Jahr 2010. Vielen Dank.